Duell gegen Ex-Verein. Ian Bowlen und Sean Ray sind im Sommer zu den Kapfenberg-Bulls gewechselt. Am Montag treffen die beiden erstmals auf ihren Ex-Verein, dem BC Vienna, mit dem sie vergangene Saison den Meistertitel geholt haben. Ich freue mich auf das Spiel. Ob es ein eigenartiges Gefühl sein wird, das weiß ich noch nicht, aber ich habe viele gute Erinnerungen. Ich freue mich, einige von den Jungs zu sehen und bin heiß auf das Spiel. Kapfenberg-Bulls gegen den BC Vienna. Montag ab 18.45 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria.